Die Indianer ist ein kleiner Ort in der kanadischen Provinz Ontario. Dort gibt es Seen, Flüsse und weite Wälder. Nicht weit vom Indian River liegt ein altes Verlassenes vor, das noch aus der Zeit der Indianerkämpfe stammt. Hier in diesem Fort haben die Junior Forest Rangers ihre Zelte aufgeschlagen. Es sind Jungen und Mädchen aus allen Teilen des weiten Landes, die hier ihre Ferien verbringen. Betreut werden sie von den Forest Rangers, den Beamten der kanadischen Land- und Forstverwaltung. Die Forest Rangers schätzen die Hilfe und den Beistand ihrer jugendlichen Helfer sehr. Aber nicht immer herrscht Ferienstimmung im Camp. Es gibt auch gefährliche Situationen und mancherlei Abenteuer, die die Jungen und Mädchen zu bestehen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020